Also bei mir ist bei der ersten Frage gekommen, was hält die Kontrolle in meinem Leben? Also deine Energie ist in der Hand deiner Gedanken, die den Ursprung aus früheren Erfahrungen sind. Und kann ich etwas loslassen? Ist gekommen, ja, du darfst Kontrolle und Zwang loslassen. Du kannst deine Träume nicht kontrollieren, lass es fließen. Okay, sehr schön. Merke ich auch, dass es eigentlich immer die Kontrolle der Gedanken ist, dass es mir schwerfällt. Im Prinzip ist es das Gleiche wie bei deiner Vorgängerin, weißt du? Ich glaube, und bei der ersten auch, die das Urvertrauen genannt hat. Im Grunde ist es alle, wir versuchen, ja, wir glauben an Gott oder das Universum, aber wir haben alle einen Plan B, falls Gott mal am Steuerrad einschläft. Und da passen wir unwahrscheinlich auf, weißt du, so 100 Prozent, also ich auch nicht, gebe ich dir ehrlich zu. Ich habe auch meine Pläne, bis dann irgendwann das Universum sagt, mach du mal deine Pläne, aber hier ist das Leben. Und ja, und dann muss man sich wieder auf das verlassen, was man vielleicht gelernt hat. Aber es wäre schön, wenn man das so leichter machen könnte und da seine Energie auch halten könnte, ohne dass man immer wieder in dieses Tauen ziehen gerät mit, ich muss mich doch absichern. Absichern ist vielleicht ein netteres Wort als Kontrolle. Ja, das Vertrauen, ja. Ja, genau, dieses, ich möchte doch in Ordnung sicherstellen, dass ich und meine Geliebten in Ordnung sind und so. Ja, genau, ja. Super, danke. Danke auch.